Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es gerade guten Morgen, denn ich habe morgens meistens eine sehr kreative Phase. Um die Uhrzeit, wo ich jetzt gerade hier diesen Video aufnehme, ist kurz vor neun. Halb zehn muss ich weiter, da habe ich in einer Firma, mache ich die Einweisung an Fitnessgeräten, wie jedes Jahr und vor allem auch die, die neu dazugekommen sind in der Firma, werden in die Fitnessgeräte eingehen. Das dauert zwei Stunden, da habe ich jetzt noch Zeit für einen sehr, sehr interessanten, wichtigen Video, ihr Lieben. Und zwar, es geht mir darum, um das Thema Bauchtraining. Wir haben ja gerade Januar und im Januar ist für viele so dieser Einstiegsmonat, wo man sagt, jetzt geht es an den Bauchspeck, jetzt wird der Big Belly reduziert und jetzt wird hier Bauch trainiert bis zur Vergasung. Und so sieht man jetzt natürlich im Moment natürlich ganz viele Werbung zu diesem Thema. Man sieht im Fitnessstudio viele menschliche Leiber, die auf dem Boden liegen, wild vor sich hin zucken, in der Hoffnung, dass natürlich dieses hässliche Bauchfett verschwindet. Okay, dann fangen wir mal an, inwieweit es überhaupt möglich ist, durch wildes Zucken auf dem Boden und durch Nicken mit dem Kopf auf dem Boden, inwieweit es da möglich ist, überhaupt Bauchfett zu reduzieren. Also, erstes Mal kann man Bauchfett nicht programmieren, das heißt nicht den Körper durch ein gezieltes Bauchtraining programmieren, dass er genau die Fettzellen am Bauch reduziert. Das funktioniert nicht. Warum? Ganz einfach. Erstes Mal ist meistens Bauchtraining, je nachdem wie es gemacht wird, kein aerobes Training, sondern anaerobes Training. Das heißt, die Leute machen kurzfristig eine Belastung und haben dann wieder eine Pause. Selbst wenn man 40, 50 schnell zuckende Bauchmuskelübungen macht, heißt das noch lange nicht, dass der Bauch die Fettzellen am Bauch erbaut. Sondern, was macht ihr? Ihr trainiert unterhalb der Fettschicht, die zwischen so und so ist, trainiert ihr euren Bauchmuskeln. Das ist ja auch gut so. Der Bauchmuskel hat ja auch eine Funktion. Der Bauchmuskel ist natürlich ein Stabilisator für unseren Rumpf. Und wenn wir stehen, seht ihr ja, dass der Hebel im Oberkörper ziemlich groß ist, wenn wir uns vor und nach hinten bücken. Also ist es wichtig, dass der Bauchmuskel funktioniert und natürlich auch ganz wichtig, der gegenüberliegende Antagonist, das ist der Rücken hinten und vor allem der untere Anteil, das ist natürlich auch der Rückenstrecker entlang der Wirbelsäule, die Beckenbotenmuskel, die muss funktionieren, um uns zu stabilisieren. Deswegen ist es natürlich super, wenn ihr Bauch trainiert. Aber bitte, wenn ihr die Hoffnung habt, dass durch das wilde Zucken, der Bauch, das Bauchfett zu reduzieren, das ist nicht so. Ihr könnt nicht den Körper programmieren, dass durch Bauchdrehen nur das Fett am Bauch abgebaut wird. Auch selbst wenn es da brennt, was viele meinen, das heißt noch lange nicht, dass da das Fett brennt. Das bedeutet nur, dass hier der Bauchmuskel sauer ist durch ständige Belastung und das führt zu einer Übersäuerung. Also ihr Lieben, das glaube ich, habt ihr sicherlich oder hat sicherlich jeder verstanden, dass durch wildes Zucken auf dem Boden nicht Bauchfett genau hier an dieser Zone abgebaut wird. Denn letztendlich zählt natürlich schon auch die Bewegung, vor allem die Bewegung, die richtige Bewegung dazu, trägt dazu bei, dass wir Körperfett verbrennen. Das ist das Aerobe Training, das Training für die roten Muskelfasern. Das werde ich heute nicht ansprechen, denn dazu gibt es schon viele Videos zu mir zum Thema Aerobe Training, rote Muskelfasern. Das sind die Muskelfasern, die auch tatsächlich Fett verbrennen können. Warum? Aerobe mit Sauerstoff können die natürlich Fett verarbeiten. Den Fett verarbeiten ist nur dann möglich, wenn auch genügend Sauerstoff da ist. Um das geht es zwar nicht. Es geht mir heute darum, dass Bauchmuskeltraining dazu führt, dass der Rumpf sich stabilisiert, dass Bauchmuskeltraining dazu führt, dass wir einen stabilen Rumpf bekommen. Das ist wichtig auch für die Bandscheiben für den Rücken. Da wir in der meisten Zeit sitzen, liegt unser Bauchmuskel brach. Deswegen ist es super, wenn ihr trainiert. Aber bitte nicht hier trainieren mit der Hoffnung, ah, jetzt verbrenne ich direkt am Bauch mein Fett. Hintergrund ist der, dass es im Moment natürlich auch einige, wie möchte ich das am besten erklären, ohne jemand auf den Schlips zu treten. Solche Stars, also nicht die Filmstars, sondern wie nennt man die prominente XYZ, die ganz hinten angesiedelt sind, die natürlich im Internet auf sich aufmerksam machen, die natürlich mit Firmen Verbindung haben, wo sie da Werbung machen. Man kann sie auch Influencer nennen. Und da gibt es einfach einige, die gerade wieder mit einem Programm, das 6-7-8-Minuten-Bauch-Programm bewerben. Die haben natürlich in der Regel, weil sie Model sind oder auch Fitnessmodel sind, haben die natürlich einen flachen Bauch. So, haben die den flachen Bauch und das 6-Pack von ihren 6-7-8-Minuten-Apps-Workout, die natürlich super schön gestaltet sind über Video, über Musik, Emotionen, alles wunderbar, tolles Marketing, super gemacht, aber haben die wirklich ihren 6-Pack und ihren ganz flachen Bauch von diesem 6-8-Minuten-Workout, was man jeden zweiten Tag machen soll, manche bieten sogar jeden Tag an, haben die das wirklich davon? Ich sehe euch gerade, wie ihr darüber nachdenkt. Und ich sehe auch einige schon liegen und sagen, nee, das kann ja gar nicht sein. Denn wie soll ich denn von Apps-Workout, wenn es noch so schön gemacht wird, noch so toller Musik, wenn die Dame noch so sexy ist, wie soll ich denn durch Bauchmuskelübungen direkt am Bauchmuskelfett abbauen, wenn es gar kein aerobes Training ist? Vor allem, wenn da so eine fette Schicht Fett drüber ist, kann ja gar nicht funktionieren, ne? Ja, und so ist es tatsächlich. Wer seine Ernährung nicht im Griff hat, wer sein Trainingsverhalten nicht umgestellt hat, auf aerobes Training und seine Nährstoffzufuhr nicht strukturiert hat und zwar bedarfsgerecht und sogar noch ein bisschen unterhalb dem Bedarf geht, sodass der Körper überhaupt einen Sinn sieht, körpereigenes Fett zu aktivieren als Energielieferanten. Wie soll der mit 6, 7, 8 Minuten Körperfett abbauen für einen sexy schlanken Bauch sorgen, wenn man davor über 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre durch viel zu viel Essen, durch viel zu ungesundes Essen dafür gesorgt hat, dass so eine Schicht drauf kommt? Wie soll das überhaupt funktionieren? Jetzt fehlend ist es logisch zu sagen, ne, das kann ja gar nicht funktionieren. Richtig. Und genau darum geht mir es ja. Dieses Bauchmuskeltraining, wenn er das macht, ist super, um den Bauchmuskel zu aktivieren. Nur da fehlt auch noch was. Wenn man den Bauchmuskel aktiviert und dafür sorgt, dass der aktiv wird, durch schöne Bauchmuskelübungen sauber ausgeführt, sollte man auch den Antagonisten gegenüberliegen, deinen Rückenstrecken, deinen Beckenboden mittrainieren. Das fehlt schon mal bei dieser Werbeaussage. Zusätzlich, Bauchmuskeltraining ist super, weil ein stabiler Rumpf ist mega. Viele Menschen haben instabilen Rumpf. Warum? Weil sie immer den ganzen Tag sitzen und diese Muskulatur überhaupt noch benutzen. Der Po gehört auch noch mit rein in dieses Workout. Wäre super, wenn er mit drin ist, denn wir sitzen auch oft auf unserem Hintern. Und auch der geht verloren. Wir bleiben beim Abstraining, beim Bauchmuskeltraining. Auch für euch die Aufklärung. Macht es Sinn, sechs, sieben, acht Minuten den Bauchmuskel zu trainieren? Ja, es macht Sinn. Um den Bauchmuskel, um das Bauchkorsett zu stabilisieren, macht es Sinn. Aber wenn ihr den Wunsch habt, ihr möchtet Bauchfett reduzieren, ihr möchtet genauso aussehen wie diese Influencer, diese Influencerin, dann nützt es nichts, allein sechs, sieben, acht Minuten wildzappeln auf dem Boden zu liegen. Das funktioniert nicht. Da müsst ihr noch andere Parameter heranziehen, und zwar die Parameter der Ernährung. Aber meine Nase juckt. Jetzt kommt gerade Geld rein. Und da müsst ihr andere Parameter noch mit reinnehmen. Die Ernährung, das gesamte Training, das gehört noch mit rein. Und wenn ihr diese Parameter berücksichtigt, wie soll ich mich ernähren, was soll ich frühstücken, was soll ich Mittag essen, was soll ich Abend essen, welche Menge braucht denn, welche Nase, welche Menge braucht denn mein Körper überhaupt? Wenn ihr das macht, und dazu euer Komplett-Training umgestaltet, als Fett-Stoffwechsel-Training, dann werdet ihr Körperfett reduzieren. Natürlich in zwei, drei, vier oder fünf Wochen, je nachdem wie viel Körperfett ihr angehäuft habt, kann das lange dauern. Und so ein Sixpack ist schön, muss man damit unbedingt haben. Es ist schön, aber muss es nicht haben. Aber dahin, der Weg, kann ganz schön lang sein. Denn wenn ihr so eine Schicht Bauchfett drauf habt, und in der Regel ist es manchmal echt eine Schicht von vier, sechs, sieben, acht Zentimeter, manche bis zu zehn Zentimeter, dann braucht es richtig viel Zeit. Und damit muss man auch darauf achten, dass man da ein ausreichendes Zeitfenster im Kopf hat und sich nicht mit einer Forderung an den Start geht und denkt, in vier, sechs Wochen ist es so. Warum? Weil der Influencer das erzählt hat. Ja, natürlich hat er nicht die Wahrheit erzählt. Wenn er euch die Wahrheit erzählen würde, was ihr alles machen müsst, sollt, damit ihr dieses Ziel erreicht, damit ihr so ähnlich aussieht wie er oder wie sie, dann hättet ihr keine Lust, es zu machen. Dann wäre es für euch zu zeitaufwendig und somit würdet ihr nicht klicken und kaufen. Das ist leider so. Was heißt leider? Es ist halt so. Es ist halt definitiv so, dass hier auch nicht oft mit Halbwahrheiten gearbeitet bzw. es wird nicht mehr gelogen, es wird einfach nur 20% der Wahrheit erzählt, der andere Anteil wird weggelassen. Warum? Weil natürlich diese Menschen mit Marketingstrategen zusammenarbeiten, mit Werbepsychologen zusammenarbeiten, die wissen natürlich ganz genau, was will der Kunde denn überhaupt? Was wollen wir denn überhaupt? Wir wollen natürlich keinen großen Aufwand betreiben, um schnell Energie, um schnell ein Ziel zu erreichen. Denn alles andere wäre energetisch viel zu aufwendig. Und so, wenn uns jemand sagt, da brauchst du jetzt ein halbes Jahr dazu, oh, da klicke ich nicht. Da kaufe ich nichts für 5,90 Euro. Ne, 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 ne. Der sagt, okay, lasse ich sein, bringt eh nichts. Wenn es aber einfach dargestellt wird, 6, 8 Minuten, 6, 8 Minuten, hey, das kann jeder machen, das ist easy, kann ich jederzeit machen. Natürlich, klar, dann klickt jeder und somit wird Umsatz generiert, und zwar Umsatz generiert mit Halbwahrheiten. Nicht nur mit Halbwahrheiten, mit 25% Wahrheiten, okay? Das Gute ist, dass ihr das wisst, deswegen möchte ich euch da auch aufklären, ob ihr letztendlich dann tatsächlich klickt oder nicht klickt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, viele da draußen werden dadurch aufgeklärt. Das ist die Aufklärungsarbeit, die ich gern leise, denn regelmäßig Bauch zu trainieren, ist super. Wenn aber Menschen jetzt mit dem Fokus, mit der Forderung rangehen, ich gehe jetzt her und trainiere hier Bauch, mit der Hoffnung, mit der Forderung, dass der Bauch ganz flach wird, ich ein sexy Sixpack bekomme, und sie erreichen das nicht. Was macht man dann? Dann hat man verbrannte Erde hinterlassen. Und verbrannte Erde bedeutet, dass derjenige vielleicht total enttäuscht ist und sagt, das mache ich nie mehr. Und somit nie mehr in seine Gesundheit investiert, in Form von gesunden Bauchtraining, um das Bauchkorsett zu stabilisieren. Deswegen ist es wichtig, auch hier mal aufzuklären, um zu zeigen, was ist denn eigentlich die gesamte Wahrheit. Ob ihr da draußen die gesamte Wahrheit hören wollt, weiß ich nicht. Es gibt immer ein gewisser Anteil, die interessiert das eh nicht. Mist, würde ich sagen, ist mir egal, ich probiere es halt aus. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Und da gibt es aber auch einen großen Anteil, der sagt, ja, stimmt, er hat recht. Also warum soll ich jetzt irgendwie finanziell was investieren, warum soll ich was anfangen, was letztendlich mit meiner Forderung, was ich habe, ein Sixpack zu bekommen, überhaupt nicht übereinstimmt. Also informiere ich mich neu und gucke, was muss ich essen, artgerecht, welche Menge brauche ich überhaupt und welche Art von Training sollte ich denn überhaupt praktizieren, damit es zu einem signifikanten Rückgang vom Körperfett kommen. Damit es funktioniert, dass die Bauchschicht an Fett immer kleiner wird, denn es sind Fettzellen und da drin ist Fett innen drin und dieses Fett in den Fettzellen muss in, zum Teil ins Mitochondrium, das ist die Muskelzelle und da drin muss es als Energie verheizt werden, als Energielieferant verheizt werden. So und wenn wir das akzeptieren und mit der Forderung in unseren Wunsch reingehen, sagen, yes, das muss ich machen, drei Mahlzeiten am Tag, soweit mich artgerecht, bedarfsgerecht, aerobisch Training dazu, dann läuft das und dann haben wir ein wertvolles Training und der Mensch, der das tut, wird auch Erfolg haben und wenn dieser Mensch Erfolg hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das dauerhaft umsetzt, riesengroß und wenn jemand was dauerhaft umsetzt, dann ist es eine effiziente Art, in seine Gesundheit zu investieren. Dann wird er ewig am Ball bleiben und immer wieder langfristig seine Gesundheit investieren und dann haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Gesund alt zu werden, womöglich noch mit einem ganz flachen, sexy Bauch. So ihr Lieben, das war es heute zu diesen zwei Themen, habe zwei Videos heute gemacht, auch das erste hat auch was damit zu tun mit Werbung und mit Werbeaussagen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich wünsche euch beim Nachdenken über dieses Thema ganz viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, da hätte ich noch die eine oder andere Information, die ich dringend brauchen könnte, dann geht einfach unten rein in die Shownotes, in die Bemerkungen und schreibt mir da rein, was ihr wissen möchtet. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich liked, wenn ihr sagt, das war gut. Genauso wenig habe ich dagegen, wenn ihr sagt, da war was, das hat mir nicht gepasst. Das gefällt mir nicht. Da möchte ich mich jetzt mal beschweren. Konstruktive Kritik ist immer angebracht, denn ich kann auch nur dazulernen. Wenn ihr mich darauf hinweist, dass das eine oder andere vielleicht für euch nicht gepasst hat, ich läre es dann gerne auf. So ihr Lieben, ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Spaß. Und wenn ihr sagt, dieser Mr. T, den könnte ich auch mal brauchen. Ich würde gerne mal eine Beratung bei ihm buchen. Dann geht mal unten in die Shownotes, da findet ihr einen Link. Andreas-trienbacher.com Und da könnt ihr euch bewerben für ein 60-minütiges, unverbindliches Erstgespräch. Ja, macht's gut. Ciao, bye, bye und viel Spaß bei allem, was ihr tut.